willkommen zu einer fantastischen folge mit unserem mongolischen reich venedig noch da sind die weg dazu muss ich aber erst mal hier die hohen johannita weg ratzen da muss man auch so da warten dann können wir die einmal komplett annektieren ich hatte das eigentlich mit der überdehnung aus 49 grad mal das ist ja super dann haben wir hier noch diese förderation am hals muss man auch mal schauen muss man mal gucken gehen waren nach rebellen habe ich gesehen habe ich hier noch irgendwo eine armierung stehen sind so aus müssen wir mal eine rüberschiffen mit ihr nehmen zum beispiel so sollte man darüber fahren dann haben wir das auch genau das letzte mal die produkte sind ein bisschen was abgeluchst ok schön schön genau das hier noch und dann schauen wir mal weiter wie es dann ausschaut bist du da auf dem weg hin ja okay nächstes wäre dann die spanier waren wieder so noch in jährigen warten und knarres dann schauen wir mal so die hier müssen wir dann halt noch diese ganzen dings wegkriegen bin ich mal gespannt da bin ich mal gespannt einmal zurück und dann da hoch so wollen rebellen immer hier schlimm irgendwie kamro wenn es verlaut das sind wir werden die kommen egal ihre billen die sind egal die sind nicht so schlimm hier noch die ganzen ja mal die hauptstadt verlorene ja ich wollte erst mal die johol von denen machte ich auch ein bisschen einfacher so die haben wir auch weg und der bar mailändische und thüringische kommen als nächstes er bleibt da stehen das passt das taucht wieder ewig hier mit der festung sehr nervig es wärst du denn war nur lieb ist gut im verdammt noch mal hier ist mein romer hin müsste man eigentlich auch mal weg machen vielleicht machen wir das dann mal gucken ihr fehlten anführer die diese festung der diesen nicht nervig momentan muss man schon mal so sagen sehr schön benzin weg so die hauptstadt ist immer noch nicht gefallen sind nervig oh hallo wer seid ihr denn so geht es auch nicht revolutionär besiegt die niederlei unserer truppen in rabu stehen größeren rückschlag für ihre sache da die entscheidenden staatsstürzen fliehen viele ihrer immer unterstütze in den ozealen den glauben an die revolution entscheiden sich statt dass der 14 des stammes imperium akzeptieren ok interessant waren ja nicht mal unsere revolutionäre auch sehr interessant so könnte mir eigentlich nicht unten mal den krieg erklären genau im kriege wissen dass nach die da bist du bist das hier ok würde ich sagen erklären in den krieg das andere wäre nicht durch das dauert noch ein bisschen ok ja komm dann machen wir noch so einen kleinen krieg nebenbei das geht schon er gerade besetzt ist das ist das sind die da erklären was mit jenigen krieg hauptstatt erobern hier wird schon kein bock mehr zu bleib so über mit euch sehr schön die hauptstadt ist gefallen da müssen wir jetzt unsere eigene befreien kommen wir hier hoch es war eine festung bloßen stimmt müssen den ihrer armen zerschlagen mal das hilft rotos ist durch sehr gut gut aber da haben ja jetzt alle ich würde noch gerne die schiffe versinken nach möglichkeit so aus gründen der nämlich beziehungsweise machen wir es mal frieden ich glaube man kann alles nehmen einmal komplette annektion ich jetzt was er oder geht nicht so wird es gehen ja manchmal übernieter und extra das sollte nicht das problem sein ist ja dann auch schon wirscht testen kann man lassen niederbrennen sehr schön kommst du am besten hierhin nehmen wir ein schiff kommen wir die kleine insel erobern dann können wir hier noch den rest nehmen dann sind die nämlich auch komplett weg die wollen nicht okay kein problem so sehr schön wieder erfolgreich was beseitigt bei uns integriert könnte man aussagen wir bündeln das ganze noch dann ist es zu teuer hier oben einmal hier als erst plündern brennt ist nieder immer wieder sagen wir hier ein dogenblatt als palast regierungsform ja das brauchen wir alles glaube ich nicht mehr so jetzt kann sich das zusammenziehen okay ja macht ja nichts so okay werden die auch weg sehr schön so hier drüben wo ist die armee die feindliche sind wir wieder nicht hier ist bestimmt wieder an mir vorbeigeschlichen ganz toll ist hier die preisfrage wo die stecken da was sind wir jesse peak okay ich komme ah das waren die revolutionäre okay wo steckt ihr okay das ist so um einfach es bleibt steht verdammte scheiße darf nicht wahr sein wow eine armee ganz toll ja dann nehmen wir mal den turbo ein oder die sagen mit mir die erwischen kommentieren wir noch hier und da ein bisschen passt dann schon revolutionäre ideen bla 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 hier rüber so spanien ist sehr gut gut die gleich mal den krieg erklären paraben kommt wieder mit und den rest können wir auch gleich mit reinrufen theoretisch werben richtig schon gegen dinamark kämpfen oder mache ich ihn separat so könnte ich wahrscheinlich band komplett nehmen wäre natürlich auch eine möglichkeit möchte ich das eigentlich nicht ne würde ich eigentlich schon gerne separat dinge machen wo mir eigentlich genug die punkte haben dann kann es eigentlich die gas einkommen wieder klären realismus paraben mit rein ein kleinkran nehmen auch mit auf so mal kurz schauen Ende der Revolution? Oh, es ist keine Revolution in Erstfrankreich mehr, es tut mir aber leid. Nein, so ein Pech aber auch. Glaubst du es denn? Wo ist die hier unten? Nee, eigentlich nicht. Da kommen wir hierher. So, dann haben wir hier mal eine Festung. Da oben ist eine Armee, die ist wurscht. Die kann man wegmachen. So, drück es da rein. Okay. Hmm. Bomber. Okay, da kommen wir mal da hoch. So. Ah, jetzt habe ich die wieder ganz vergessen hier. Shit. Jetzt zumbelt hier natürlich Neu Spanien rum, ne? Das ist natürlich auch so ein Problem. Ich muss noch gegen die Kämpfen extra. Ist jetzt natürlich auch nicht so toll. So. Tschüss. Oh, ich bin sogar katholisch geworden hier. Interessant. Äh, lande mal hier. Danke. So. Okay. Na, was machst du? Traust dich nicht, ne? So, so. Ich werde die Tiere mal ein bisschen besetzen gehen. Würde ich sagen. Ja. Hast du auch mit dem Krieg? Wo sind Vassal von Bawand? Oh. Okay. Okay. Ja, das wusste ich ja auch nicht. Falsche Taste. Da muss ich hin. Besetzen wir die gleich mal. Wie die nicht irgendwelche Truppen ausheben. Dankeschön. So. Wenn wir mal Stück für Stück belagern. Mh. Hier das gleiche. Ah, die heben schon kräftig aus hier. Die Säcke. Das werden wir mal verhindern müssen. So. Geht's da hin. Okay. Dahinter müssen noch welche. Darunter. Dahin. Äh. Und hier hoch. Da oben kommt dann noch mehr. Okay. Ah, da kommt auch gerade eine Armee angelatscht. Sehr schön. So. Toledo ist durch. So. Was macht ihr jetzt? Ihr wartet da, dass ich angreife. Das könnte aber vergessen. Das mache ich bestimmt nicht. Ach, guck mal da. Da ist ja eine Armee. Ja. Da ist noch Tonga. Mh. Nehmen wir die noch mit? Wenn wir schon mal in der Ecke sind hier. Ja. Schaut's nie aus. Wer bist denn du? Hä? Wo kommt die an mir her? Ich bin verwirrt. Ach, die war hier unten glaube ich irgendwo, ne? Stimmt. So, die befreien gerade ihre Provinz wieder. Das ist gut. Dann belagert ihr immer ein bisschen. Oh, das hier ist gefährlich. Muss man erstmal da runter kommen. So. Der belagert das da unten. Das passt. Der kann da so lange mal weitermachen. Da wird auch kräftig belagert. Da sowieso. Hier müssen wir einmal. Bam. Jetzt nenne ich die Einstellung was? Wo ist denn das? Großprojekte können gebaut werden. Das ist aber neuer Suez-Kanal-Kammer war. Cool. Wollen wir den bauen? Zum Spaß quasi. Könnte man tun oder ich brauche lieber Großprojekte? Frage welche. Brauchen wir alles hier nicht? Auch nicht. Auch nicht. Jetzt haben wir hier. Händler. Könnte man. Brauche ich auch nicht. Komm wir hier. Tensionsverwaltung. Ne. 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 Malta könnte man noch ein bisschen ausbauen. Wegen der. Kriegsdienst. Womens. Geben wir Geld aus. Davon haben wir genug. Mehr als genug. Höhere. Kriegspunkkosten. Haben wir damit. So. Tada. Voll ausgebaute. Matesische Festung. Sehr schön. So. Gefällt mir das. So. Die Belage da oben. Das ist mir wurscht. Das stört nicht weiter. Der geht mit da rein. Oh ja. Hab ich eine Provinz vergessen. So geht das natürlich nicht. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Okay. Der muss noch eins weiter. Da kann man gar nicht. Uns exzillieren. Die exzillieren. Da geht da gar nicht. Städliche Nationisten kommen nochmal. Hab ich hier nach einer Armierung stehen? Habe ich. Komm mal da hoch. So dann habe ich. Ah jetzt komme ich eigentlich hin. So ohne weiteres. du mal abkühlen hier das sind ja bloß die handelsschule die sind egal ach wir können hier rüber laufen stimmt ja das kommt ja auch noch bleiben das zeug besetzt auch der hilfe zur sicherheit körper denn auch mal hinschicken befreit er um seine provinz ja machte das ist gut irgendwie macht der florida menschen nicht nur spanien ist das hat wohl kein bock oder so keine ahnung wir fangen die mal ab eine gute gegen zum abfangen aber ok dass dahin ist nicht gut turbo rein ne klatscht ok die erwischen auch ich verstehe die festlinge ohren wie mir scheint was sind das ja für welche portugiesische ja ist ok damit kann ich leben denke ich weisen ihren schiffen das weiß ich nicht offenbar nicht so wie schaut es hier aus doch noch ein bisschen na gut da ist die große armee ok dann können wir uns mal sammeln hier ich hoffe der greift den jetzt nicht an nur gleich mal sehen dir zu uns gerannt kommt schottelche nationalisten ach ich müsste drüber gar keine armee das ist natürlich doof da hätte ich mal noch einen hinschicken sollen vielleicht gar nicht so schlecht gewesen sind dann später machen das jetzt nicht so schlimm das geht schon was sind das hier für ein gebiet trockenland trockenland ist gut sieht so key so mal zusammenziehen da werden die ganzen feste noch belagert da auch hier unten hat man auch noch was fällt mir dazu ein genau da sie auch noch ein bisschen was zu belagern dann laufen wir hier rein damit man das ein bisschen aufdecken für den anfang bamberg ist durch das nehmen wir auch gleich mal oder da muss man eigentlich noch nicht kümmer auch später machen ich glaube werden noch nur genau lagern wir auch gleich mit dann fahr mal die mal ab man ist besetzt super band hat besetzt okay geil problem halb so wild das macht gar nichts sammeln so hier hinten das läuft noch da kommen die schiffe zurück die dennis als wäre eine armee ist wahrscheinlich okay dann besetzt ihr noch die molucken ein bisschen die haben ein bisschen truppe verloren hier was mit dir das mit spanien im krieg okay hat er sein ding wieder befreit ja so 25 prozent ist die frage ob die noch irgendwo testungen haben das weiß man halt nicht so genau also mal sehen hier müssen wir auch mal vorwärts kommen da müssen wir mal ein bisschen die truppe aufteilen das nützt ja wohl nix bloß haben wir da die ganze armee wir gemacht scheinsten cool hat das war ja mal ein voller erfolg ja wie es scheint sehr cool okie dokie wunderbar so gefällt mir das die kamera zusammenziehen offiziere desertieren super ist ja wieder ganz nett hier das ding ist gefallen sehr gut katholische fanatien also so komm mal hier rüber da werden bestimmt gleich rebellen kommen oder sowas schätze ich jetzt mal ja ja immer diese negativen sachen hier über die über die über die über die über die über den haben wir denken ist ja noch nicht so viel in 1 prozent machen sie einen aufstand hier darf nicht wahr sein ok und wieder natürlich immer das gleiche so ist heute das problem beseitigt können das mal weg klicken dann dürft ihr auch mal hier besetzen die haben aber gut truppen verloren hier an muss ich sagen ok so das ist auch gleich durch da kann einmal da hoch hier müsste man eigentlich noch hin muss mal gucken ob wir das so kriegen irgendwie hier haben wir ja auch noch siehst du ganz vergessen zu den lassen wir mal hier stehen da könnte hier ein bisschen bewachen noch falls wieder zurück gelatscht kann da die anderen amin so hier wird schon belagert wie schaut es hier aus dauert alles noch ein bisschen jetzt muss erstmal hochticken wie viele truppen habt ihr noch 72.000 irgendwo noch rum nur die frage wo diese tendern außen unterstützen das mal da mache ich mir nicht die mühe echt nicht wo steckt die alle das ist hier die preis frage ach mal wo kann man ja auch noch sieste aber die kommen auch demnächst machen kein problem kein problem aber auch noch mal portugiesischen nationalisten ganz vergessen an mein mann wir keine truppen oder was ist los oder habe ich was verpasst so ihr besetzt das er ist halt drüben angekommen sehr gut dann gehen wir da rüber da wird noch fleißig belagert ok so mit aber gerade so ok dann besetzt haben wir nur die sandinie nicht besetzt ist natürlich ein bisschen doof die liegen sie mit ihnen an ok wir müssten hier vorher noch diese anderen zwei kriegen wenn bevor man die mit spanien dann beenden das wäre schon wichtig und das hier wald weil das nicht so optimal für uns wo willst du hin nach hoch wo können wir die vielleicht abfangen ne doch vom kreis gewonnen sehr schön muss mir bloß in die ganzen dinger weg ok ich habe meine kanone dort ist uns zu lange her ackerland die sorten wir eigentlich schaffen was haben die von 27 28 sollte machbar sein eventuell würde ich mal behaupten würde ich mal behaupten sehr schön ich bin gespannt irgendwo müssen ja die armen hier stecken da haben wir sogar beide erwischt das freut ja party koalisten sowas bin ich mal gespannt hier ob das was wird das ist nicht gut aber da rüber geflitzt aber da rüber geflitzt wie ein blitz das und so gut reingehauen hier nicht schön ein biet macht sich aber ganz schön breit das geht auch nicht so freundchen so hier haben wir die weg fest die mal dann sind die auch gleich weg hier oben ist noch eine wieseste ende der revolution portugal das ist aber schön für euch leider nicht geschafft aber wir haben den ordentlich schaden zugefügt das hat gesessen auch wollen wir ein bisschen droppen verloren haben jetzt dadurch aber ist ja wasch ist ja nicht so dass wir keine haben nicht wahr sammelt euch mal beziehungsweise sammelt euch mal hier bisschen blöd dass wir jetzt hier nicht hinkommen wahrscheinlich schätze ich mal oder da könnte sein dass ihr gleich Ärger gibt in Form einer Flotte wo ist denn das hier wo willst du denn hin nach Labor war ok die armee haben wir vernichtet die haben wir auch vernichtet sehr schön somit könnten noch dass sie angreifen er hier verbindet warum das ist und hier die kleine ok das sollen die mal oben daneben ist das passt schon müsste man hier oben noch die armee weg machen das wäre noch gut kommen wir hier rüber heiler ich bin mal gespannt oder ob wir gleich abgefangen werden das wäre gut möglich okay hier sind noch eine kämpfe stadt okay ja sehr geil den habe abgefangen schon dass sie unten aus haben wir besetzt aber ich muss noch rüber zu der anderen in sondern das soll nicht das problem sein wir können ja auch das zu machen er müsste der dann rüber kommen genau wenn noch ein kommandanten über hammer oder war wir sammeln uns mal hier schaut es hier aus ich habe noch ein bisschen besetzen gehen fängt er den noch ab hier gibt es mal ein bisschen kriegsstand schwedischen nationalisten hallo wie geht es euch sie hat das ne rebellischen armee kann man was schönes kompaktieren ein bisschen was schafft er die oder sterben jetzt gleich so mal gucken wir mal mit brabant ein separat frieden machen können wir haben 99 prozent ja ist doch super ich muss warten bis wir mit allen durch sind damit ich dann was abgeben kann jetzt habe ich wieder über die nun ohne ende das wollen wir ja nicht also ich zumindest nicht keine ahnung was soll mit der landung da aber okay wenn sie meinen so wenn wir noch ein bisschen besetzen es gibt ja alles krieg stand in denen der mittelfirte 1 hier noch müssen alles haben wunderbar keine ahnung was die afrikanische wurde da macht jetzt mal auf defensiv so die nervt nach diesem auch erfolgreich gelandet ist das super das ist sehr super so wie schaut es denn hier aus muss noch ein bisschen besetzen wo ist denn die armee schon wieder da unten ich glaube ich muss in meiner armee runterschicken das wird irgendwie nichts bei denen du gehst da hin und du gehst mal da hin sehr cool das ist ja doof hier mit den ganzen aufständigen das ist nicht cool man okay dann würde ich mal sagen erst mal schluss für heute ich danke wieder fürs zuschauen wir müssen dann zum nächsten mal ich hoffe dann können wir mal frieden machen mal gucken ich hoffe ich erwische mal die armee noch das wäre noch ganz nett da müssen wir sehen bis dahin danke fürs zuschauen ciao ciao ciao